Warum sollt ihr das Crowdfunding von Zürich unterstützen? Gerade in der heutigen Zeit, in der nur noch wenige Menschen die Zeugel der Medienlandschaft in diesem Land in der Hand haben, ist es extrem wichtig, dass wir einen mutigen, kritischen, gut informierten Lokaljournalismus haben. Ich finde, Zürich macht das besser als jede andere Plattform, nämlich wirklich über das Bericht, was in dieser Stadt gerade wichtig ist, brisant, was wir wissen müssen. Und gerade durch den guten Mix, den Zürich immer wieder hinbringt, zwischen Reportagen, aber auch Witzungen, denke ich, ist es so attraktiv, auch gerade für junge Leserinnen und Leser. Und das ist mir ein grosses Anliegen, dass es einen attraktiven Weg gibt, um sich zu informieren. Und darum unterstützt euch das Crowdfunding von Zürich. Danke vielmals!